Was ist das für ein Ding? Ich rette euch! Geht sofort zurück in die Klasse! Keine Sorge, Julika! Ich werde dich retten! Ganz ruhig, wir bringen dich in Sicherheit! Meine Freundin Julika ist da drin und ich lasse sie auf keinen Fall allein! Nein! Wird wohl Zeit für eine Höhlenforschung. Halt dich fest! Der Sog ist zu stark! Ich schaff's nicht mehr, lange uns zu halten! Ja, Lady Bucket Noir! Ihr seid kopfüber in meine Falle getaucht! Und wir werdet ihr niemals wieder entkommen! Eure Miraculous gehören mir! Wow! Von innen ist es viel cooler als von außen! Ich weiß nicht, ich hab ein komisches Gefühl! Vorsicht! Als wären wir in einer großen Pinball-Maschine! Hier fliegen ganz schön viele Bälle rum! Sie wurden alle nur meinetwegen gefangen! Sie wurden alle nur meinetwegen gefangen! Was ist mit ihm? Sie wurden alle nur meines Weges... Hat er sich gerade in Reflektor verwandelt? Sie muss von Shadow Moth akkumatisiert worden sein! Und dieses Ding? Ist ihr Sentimonster! Reflektor kontrolliert es! Wir müssen rausfinden, wo sie sich versteckt! Halt die Augen offen! Ich hätte sie nicht aus dem Klassenraum stürmen lassen dürfen! Ich hätte sie nicht aus dem Klassenraum stürmen lassen dürfen! Das Sentimonster verwandelt jeden mit seinen lilafarbenen Wellen! Wird nicht leicht, die echte Reflektor zu finden, wenn alle so aussehen wie sie! Wenn ich meinen Wettkampf-Schwimmanzug getragen hätte, wäre ich schneller gewesen! Ich hätte Ivans Hand nicht loslassen dürfen! Alle sehen gleich aus, aber sie haben noch ihre Stimmen! Ich kann nicht mal meinem besten Freund helfen, sich gegen seinen Vater zu wehren! Oh, Nino! Das ist alles unsere Schuld! Wenn wir es geschafft hätten, Shadow Moth aufzuhalten, wären die Schüler nicht gefangen! Oh nein, das darf nicht passieren! Nicht jetzt! Kataklysmus! Katnoir! Katnoir! Nein! Wenn wir uns in Reflektor verwandeln und erstarren, kann sich Shadow Moth einfach unsere Miraculous holen! Wir sollten ihm unsere Miraculous geben! Du hast recht, Mieze-Katze! Wie konnte ich nur glauben, dass wir beide allein es mit so einem mächtigen Sentimonster aufnehmen könnten? Lady Bird, Katnoir! Ihr seid echt die Allerbesten! Ich wusste, ihr würdet uns retten! Tut mir leid, dass ihr kommen musstet! Das ist alles meine Schuld! Ich bin keine gute Freundin! Ich hätte Junika mein Geheimnis nicht sagen dürfen! Nein! So darf ich nicht denken! Ich bin froh, dass ich es getan habe! Es hat uns näher gebracht und stärker gemacht! Natürlich! Sie bekämpft die negativen Gedanken mit ihren positiven! So verhindert sie es, in Reflektor verwandelt zu werden! Wir müssen das auch machen! Katnoir, du schaffst das! Du musst positiv denken! Es gibt keinen besseren Partner als dich! Ladybug? Meinst du das wirklich ernst? Ja! Wahrscheinlich sage ich es dir nicht oft genug, aber ohne dich würde ich das nicht schaffen! Und es wäre auch nicht annähernd so lustig! Das hast du mir ausgesprochen schön gesagt! Und du bist natürlich auch schnurtastisch, Milady!